Quadrat. Quadrat ist eine geometrische Figur mit vier gleichen Seiten. Ein Quadrat hat typischerweise vier rechte Winkel. Quadrat ist also eine der grundgeometrischen Figuren. Quadrat ist auch die Potenz einer Zahl. Zum Beispiel 2 ins Quadrat ist 4 und das Quadrat von 3 ist 9. Quadrat ist ein Quadrat. In der Zwiebel wäre es durch die Zukunft mehr. In der Zwiebel mausage ist ein Quadrat. Jetzt wird die Zwiebel mausage ein Quadrat. Quadrat ist aber auch ein Quadrat.